Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Mit einem Sonne-Wolken-Mix starten wir in den Freitag. Bei Tageshöchstwerten um die 2 Grad plus zieht sich gegen Abend der Himmel zu und Schneefall setzt ein. Nach einer frostigen Nacht quält sich am Samstag das Quecksilber nur noch bis auf 0 Grad. Den ganzen Tag über müssen wir uns auf mehr oder weniger ergiebige Schneeschauer einstellen. Am Sonntag bewegen sich die Temperaturen dann im einstelligen Minusbereich. Mit Sonnenschein beginnt der Tag, später setzt Schneefall ein. Auch zum Start in die neue Woche bleiben uns Niederschläge in Form von Schnee erhalten. Am Montag können die dann schon mal heftiger ausfallen. Die Temperaturen bewegen sich dann weiterhin im Minusbereich.